Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Samstag, der 12.10.2019 um 9.57 Uhr. Ich war heute, ich dachte da wären Regenbogen, aber es regnet ja gar nicht. Ich war heute um 6.30 Uhr wach oder so, 6.45 Uhr und dann dachte ich mir so, was? Ne, drehst dich nochmal rum und dann habe ich noch bis um 9.00 Uhr gepennt. Ja, und jetzt war ich gerade duschen und jetzt muss ich kurz zur Post ein Paket wegbringen und dann werde ich noch ein bisschen was einkaufen gehen und ab 14.00 Uhr gibt es dann Red Dead Redemption. Ich habe mich extra nicht rasiert, weil John Marston ist ja schon ein bisschen ein raubeinigerer Herr und für morgen, für Spider-Man, werde ich dann wieder die Bart-Montur abnehmen. Ja, es ist Wochenende. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Bei mir ist alles schick, ohne Kopfschmerzen aufgewacht. Vielleicht wäre ich auch so früh wach geworden, ich weiß es nicht. Und ja, ich freue mich auf ein schönes, angenehmes Wochenende. Wettertechnisch wird es ja relativ warm, um die 20 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein, nochmal ein goldener Herbst, sagt man das so? Ich glaube, ja. Ja, wir spielen da, wie gesagt, Red Dead Redemption, so ab 14.00 Uhr und heute spät am Abend werde ich dann mit Overseer weitermachen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Naja, wir gucken mal. Ich sehe auch gerade, da ich ja, während ich immer meinen Vlog aufnehme, den Chat und so weiter von OBS, dass Enno vor einer halben Stunde einfach mal subscribed hat auf meinem Kanal. Offstream. Ist der denn des Wahnsinns? Einer von zehn. Ah, er meint dieses Founder-Badge, was jetzt leider immer über dem Kanal-Badge drüber hängt. Das finde ich ein bisschen schade. Die Frage ist, wenn man kein aktives Abo hat, ob dann dieser Founder-Badge trotzdem angezeigt wird. Das täte mich mal interessieren. Geht gerade um Twitch, falls ihr euch fragt, wovon redet der denn da? Ja, das ist es eigentlich von mir. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich zeige euch mal die Holzkarte, die ich letzte Woche aus dem Briefkasten gezogen habe, von Lüttke. Ich würde dich so gerne umarmen, aber du bist einfach zu weit weg. Humor hat sie, ne? Also ja, wir haben große Nasen, das ist das Problem, deswegen können wir uns nicht umarmen. Und kurze Ärmchen. Ja, gut. Also, wie gesagt, habt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns im Stream. Und ansonsten, morgen beim nächsten täglichen Vlog, dann auch ohne Gesichtsbehaarung versprochen. Hoffentlich kann ich es halten. Ich soll nicht so viel versprechen, was ich nicht halten kann. Also, bis dann. Tschüss.